Hey liebe Leute, besten Dank nochmal an euch, über 1000 Abonnenten, es hat endlich geklappt. Viele von euch waren ja auch live im Livestream dabei, als es passiert ist. Das Ganze sah dann so aus und wurde auch ein bisschen lauter. Ich finde, dass Spieler von RB Salzburg nicht zu RB Leipzig wechseln dürften, schreibt Maxi der Schatten. Interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ich muss nochmal, ach warte mal, ich muss hier nochmal den Screen wechseln. Leute, 1000 Abonnenten haben wir erreicht, richtig klasse, vielen, vielen Dank, Leute. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Und ich hoffe, man sieht es, 1000 Abonnenten, vielen, vielen Dank. Und wow, das war laut, liebe Freunde. Ja, richtig, richtig geil, vielen, vielen Dank. Sorry für die Lautstärke, aber ich freue mich so, 1000 Abonnenten, besten Dank dafür. Und ja, ich hoffe, ihr habt den Knall gut verkraftet und wir gucken nochmal in den Chat rein, was ihr so geschrieben habt. Deswegen möchte ich mich bei euch bedanken mit einem kleinen Gewinnspiel, das hatte ich ja auch schon angekündigt. Und zwar möchte ich wissen, welcher Verein die meisten Fans auf meinem Kanal hat. Schreibt mir das unten einmal in die Kommentare rein. Alle können mitmachen, die über 14 Jahre alt sind. Ihr müsst nicht zwingend Abonnent sein. Schreibt mir einfach unten in die Kommentare rein, welcher Verein für euch der Beste ist, von welchem Verein ihr der Fan seid. Und jeder Kommentar kann einmal mitmachen. Alle Teilnahmebedingungen habe ich euch nochmal in die Infobeschreibung gepackt, dass ihr das auch nachlesen könnt. Wie gesagt, das Gewinnspiel geht bis zum 14. Juli. Ja, liebe Leute, was ihr gewinnen könnt, einen Amazon-Gutschein in Höhe von 25 Euro und zweimal einen Amazon-Gutschein über 5 Euro. Dazu jeweils nochmal einen Amazon-Gutschein über 5 Euro auf Facebook, Instagram und Twitter. Was ihr bei Facebook, Instagram und Twitter machen müsst, könnt ihr dort dann auf der Seite sehen. Meistens müsst ihr der Abonnent sein und den Beitrag teilen. Aber hier auf YouTube, wie gesagt, einfach in die Kommentare reinschreiben, von welchem Club ihr der Fan seid. Die Gewinner ziehe ich in den Livestream nach dem 14. Juli, damit auch jeder Bescheid weiß. Und die werde ich dann über die Kommentare benachrichtigen. Und euch dann per E-Mail den Code für den Amazon-Gutschein weiterleiten. Leute, viel Erfolg und viel Spaß bei dem Gewinnspiel. Bleibt am Ball. Euer Sören. Ciao.